Hallo, wir sind gerade auf dem Weg nach Offenbach zum EFMG. Wir sitzen hier im Bus noch und chillen ein bisschen mit den Jungs, trinken Bier. Wir spielen heute gegen Hooray, es wird ein sehr spannendes Spiel. Wir denken, dass wir dennoch für uns entscheiden können und gegen unsere alten Teammates glänzen können.